Wie sagt man zu einer Frau, die immer weiß, wo ihr Mann ist? Na, bitte. Das ist aber jetzt nicht so lustig gegenüber mir. Na gut, war nicht so lustig. Macht nichts. Frag ich sie. Kennen wir uns ja schon länger. Ja, ja. Haben schon wieder Sex gehabt. Hörst du es, Maria? Na, na, hörst du es? Mein Mann hat sie unten in die Grabe. Wir setzen ein paar Mal, dann dreht er sich wieder zu mir.